NetBeans und Windows Firewall geht nicht. Geht doch. Damit ihr eure Firewall nicht deaktivieren müsst, müsst ihr einfach Java SE6 installieren. Dazu geht ihr auf die Website von Oracle, geht dort auf Previous Releases, scrollt dann hier runter, geht auf Java SE6 und scrollt wieder bis zu dem Punkt, wo ihr etwas auswählen müsst. Klickt dort Accept und könnt dann euch eure Version raussuchen und dort den Download-Button klicken. Jetzt ladet ihr euch das runter, installiert es und müsst dann noch die Konfigurationsdatei von NetBeans anpassen. Als erstes geht ihr in das Verzeichnis, in dem ihr Java installiert habt und kopiert euch den Pfad zum Java SE6 Release. Als nächstes geht ihr in das Verzeichnis, in dem ihr NetBeans installiert habt. Öffnet dort das ECC-Verzeichnis und öffnet die Datei netbeans.conf mit einem geeigneten Editor. Ich benutze PS-Pad. Fügt für die Variable netbeans.jdk.home den Pfad zu eurem Java SE6 Release ein. Solltet ihr Probleme beim Speichern der Datei haben, müsst ihr euren Editor mit Admin-Rechten starten. Jetzt könnt ihr NetBeans starten und auch mit aktiver Firewall eure Remote-Projekte betreuen. Den Download-Link findet ihr in der Beschreibung.